hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality hier auf der grünfelder land so ich schaue jetzt erstmal in mein tablet rein weil ich weiß gar nicht mehr was ich denn überhaupt was ich denn überhaupt gerade alles machen muss holzkohle es ist sehr ungeschickt so wie wir sehen und muss ich heute einfach mal wieder ein bisschen action im wald machen weil irgendwie da ein paar sachen fehlen ich werde jetzt mal noch ein bäumchen häckseln den anna bürger voll machen dann mache ich noch ein bisschen kahlschlag dass man oben die pateletten produktion wieder in gang bringen weil irgendwie hat uns im safe game alle gc produktion und so weiter ausgeschmissen warum auch immer und ja außerdem waren fahrzeuge nicht da warum auch immer also wir verstehen selber nicht was da los ist es gab kein map update es gab kein safe game update jetzt müssen wir sehen und wenn ich bin jetzt nicht stoppen jetzt ist abwälle nicht dran Da geht vielleicht sogar noch ein Baum mehr rein. Aber ich glaube, das reicht erstmal auch, um die Notversorgung erstmal wieder herzustellen. Von dem her werde ich jetzt hier, denke ich, gar nicht erstmal weiter häckseln. Sondern wir fahren einfach mit dem hier mal direkt die Produktion ab. So. So. Sollte ich doch gucken, dass der Anhänger voll ist. Immer wieder mal was Neues. So. 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 Das ist jetzt aber ein bisschen doof hier. Wir müssen Kartonproduktion befüllen, Hackstütze befüllen, Bretterpaletten befüllen, Leerpaletten befüllen. Also einiges. So, um... So, um... Und ich habe auch nur noch diese Woche Zeit für das Waldstück hier, weil dann läuft die Pacht aus. Dann wäre die Frage, ob ich die Pacht verlängere oder nicht. Dann verwende ich hier. Den Karton habe ich leider hier. Ich leide hier nicht auf. Auf dem Joystick. Das wäre mal noch eine Idee, ey. Dass ich den auf dem Joystick lege. Auf dem Karton. Ich leide hier. Okay. Okay. Warte mal, ich muss mal nach meinem Feld kommen. So, da ist noch einer. Eigentlich wäre das Gewicht hier gut gewesen, dann könnte ich, hätte ich einfach die Dinger an ist, der Häcksler, du kannst das Fahrzeug nicht bewegen. So, da ist noch ein paar Dinger. So, da ist noch ein paar Dinger. So, da ist noch ein paar Dinger. Ganz knapp verpeilt hier. So, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt hatte. Mein lieber Albert hat leider gekündigt. Mein anderer Mitarbeiter ist diese Woche auch nicht da. Deshalb sind wir wieder auf uns komplett alleine gestellt. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich bräuchte auf jeden Fall noch einen zweiten Mitarbeiter. Ich wollte gerade schauen wegen dem Feld. Was ist da noch getan? Pflanzenschutz. Kalgen. Telefonere ich gerade mal mit dem neuen Mann. Ich gerade noch. First. ... Fortes Neur Unternehmen. Was kann ich Dir tun? Ah, hallo, Herr Cortes. Ja. Da habe ich ja immer Erinnerungen, ne? Ich wollte fragen, ob Sie Pflanzenschutzmittel haben. Also ich bräuchte... Ich gucke eben in mein Tablet. Ja, ich glaube... Also ich bräuchte auf jeden Fall Pflanzenschutz auf meinem Feld 109. Und dann bräuchte ich auch einen Kostenvoranschlag. Ja, das ist richtig. Ich bin aus, aber ich gucke erst mal kurz. Ich bräuchte aus. Dann müsste ich das beim Händler bestellen. Joa, aber sagen Sie dem, nächste Woche ist zu spät. Ja. Sie haben doch gar nichts. Ich kann mit ihm mal... Ich kann mit ihm mal reden, aber es vielleicht auf dem Lager hat. Ja, das wäre gut. Ähm, ja. Da rede ich meine Lämmen. Ich schreibe mir das kurz auf. Und dann rufe ich sie später zurück. Jo, kostenvoranschlag, fällt 1009. Mhm. Gut. Dann danke ich recht schön. Bis dann. Jo. Tschüss. Da geht immer noch was rein in den Anhänger. Da geht immer noch was rein in den Anhänger. Volker Varuna, hallo. Ja, guten Tag. Internet-Sicherheit. Oh Gott. Ja. Und zwar hätte ich eine Frage an Sie. Wie hat es bei Ihnen an der Palettenproduktion ausgesehen? Bei welcher? Palettenproduktion. Äh, war voll. 600.000 Liter. Das kommt hin. Bretterpaletten 11.999 Liter. Kommt auch hin. Und GC-Menüs dürfen stimmen. Karton war ein bisschen was drin. Ich guck mal gleich. Kartonproduktion. Übersicht sagt mir leere Rohstoffe an. 1 von 3. Karton mit 20.000 Dose. Ja, das kann ich hin. Oh, ich muss ja irgendwann anfangen. Ich guck jetzt noch was. Mit was sind Sie denn verbunden? Team Viewer, oder? Ja. Gutes Programm. Ähm, die fehlenden Serians, was Sie mal da gab, ja, was Sie im Subbad geschrieben haben, wären auch hier. Hm. Nur jetzt hätte ich noch für die Frage, die fehlenden Orbe, was Sie gehabt haben, wo sind die gestanden? Das sind ja alle, das heißt bei der Polizei, auf jeden Fall, beim Bauhof. Ich guck mal zum Bereich. Ist der jetzt voll oder nicht? Tut mir leid, ich bin nebenbei hier im Wald am Arbeiten. Guck mal. Das ist ja eigentlich alles, ist hier alles da, wo er es gehört hat. Okay, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich bei Ihnen. Okay. So, in diesem Sinne erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht haben wir den Fehler gefunden jetzt. Ähm, und, ähm, dann schauen wir mal. Vielleicht geht es dann gleich auf der richtigen Webversion und den richtigen Spielstand weiter. Aber für heute war es das erstmal, erstmal eine Folge. Aber, naja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.